Ja, hallo allerseits. Wieder mal ein Update zur Krabelsalat-Story hier in Bataia. Wieder verschwinden. Kabel, die sind schon verschwunden und nun auch die Masten. Wie hier an der Zertrot-Kreuzung mit der Soy 17. Dort das Millennium-Kondominium-Korientierung. Die Kreuzung heißt Tettin. Ne, Tettin. Und wir schauen mal, wenn Sie diesen Mast hier rausnehmen und aufladen. Ja, in die Richtung hier, Richtung Balihai, Ratternack, sind die Mastkabel alle weg bereits. Das geht also vorwärts hier drüben. Soy 17, denkt natürlich noch ein bisschen was an Kabel. So, und jetzt fällt der Mast langsam. Alles natürlich hier bei laufendem Verkehr. Da wird einfach mal ein, zwei Kegel aufgestellt. Das ist gut. Wie man unten sieht, so langsam ruckelt er ihn raus. Mal schauen, wie er den da über das Schild dann rüberkriegt auf das Auto. Gut, geht raus. Gut, geht raus. die Erwachungskameras da abreißen. Das können ja ganz schlimm drin und die Kriminellen nicht mehr verfolgen. So, also, er ist soweit erstmal raus. Aus der Erde und wahrscheinlich dreht er ihn dann rechts rum und legt ihn oben mit auf das Fahrrad zurück. Ja, wie es ausschaut, steigt der Fahrrad nun ein und man fährt zum nächsten Master hinten, den rauszuziehen, der bleibt erst mal an der Seite liegen, wird dann demnächst abtransportiert. Ja, das mal wieder kurz, spontan von unterwegs. Allen eine schöne Restwoche hier aus Pataya.